Schau nicht hin, aber diese Katze, die Blaustein mitgebracht hat, ist direkt hinter dir. Äh, was soll ich machen? Dreh dich einfach nicht um, schau ihn nicht an. Er ist leuchtend orange langschweifend, da kann ich doch nicht wegschauen. Nein, nein, nicht. Oh, nee. Hallo, mein lieber kleinen Kollege. Du schaust echt schnell aus. Oh, danke, das will ich sogar wirklich. Lass ihn doch nicht nett zu dir sein, er will nur, dass du ihn magst. Wow, wie hat sich dieses Hauskätzchen ins Lager verehrt? Na, Hauskätzchen, vermisst du deinen widerlichen Zweibeiner-Fraß? Hör nicht auf, sieh vorher, Pfote. Solche Katzen nennen wir böse. Ich vermisse das Zeug von meinen Zweibeiner nicht. Das hier ist viel besser. Oh, wirklich? Wie schmeckt dieses Hauskätzchen-Futter eigentlich? Sandpfote, nicht? Ich dachte, wir hassen ihn. Alles klar, Jungs. Feuerpfote wird zu mächtig. Das nächste Mal, wenn er versucht, nett zu jemandem zu sein, müssen wir uns wehren. Verstanden? Machen wir. Okay. Warum stehst du hier nur so komisch rum, Feuerpfote? Hast du nicht irgendwas anderes zu tun? Ich habe eben nur deine Kampftechniken bewundert. Oh, schön. Hast du etwas Nützliches gelernt? Ja, das habe ich tatsächlich. Warum fällt jeder darauf rein? Könnt ihr nicht sehen, was sich hinter dieser Fassade versteckt? Der ist nur ein kleines Hauskätzchen. Auf einem kleinen Abenteuer. Mhm. Das größte Abenteuer meines Lebens. No, du wirst ein toller Krieger werden. Nein, nicht. Aha! Nein, nicht. Untertitelung des ZDF, 2020